Was war das denn für Träger? Das ist scheiße. Einen wunderschönen guten Tag hier Hübschen und herzlich willkommen zurück zu Combat Arms Classics. Wir schauen mal, ob wir wieder sowas geiles finden wie in der letzten Folge. Rattlesnake war ja schon eine schöne Map. Robertos S&D. High of the Tomb. Hätten wir? Hatten wir? Two Towers. Elimination. F5 alle. Ne. Da gehen wir mal nicht rein. S&D. Quarantäne. Kill Creek. BIP Elimination. No RPG. Ja. Machen wir. Kill Creek. VIP Elimination. BÄÄM. Gucken wir mal wie weit wir hier kommen. Überblick verschaffen hier. Aaaaaaaahhhh. Ssss. Sss. Die scheiß Trainees. Alter. Abpiss dich. Lass mich hier rufen. Ob der jetzt wieder hier runter kommt? Ja, du hast gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Gar nichts. Wenn du jetzt einen Furz ablässt, fällst du auseinander. Oh, nicht hier oben stehen bleiben. Das wäre nicht gut. Wo ist der jetzt? Wo ist der? Ah. Warum will der den jetzt kicken, Alter? F6. F6. Was war das denn für die Räger? Das ist scheiße. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Katharina geht mir so auf den Sack gerade! Geh woanders hin! Lass mich in Ruhe! Dann komm ich vorbei! Nicht! Natürlich! Ich habe nur so eine Mülleimer Sniper hier dabei! Das ist scheiße! Guck dir das an! Zwei Hits aus der G36 und ich falle um! Wenn ich das mache dann fällt keiner um! Und gar keiner! Geht denn die alte da schon wieder? Habe ich dir schön geholfen ne? Arschloch! Katharina ist direkt wieder tot! Und? Ach ne Katharina! Kommt da einer runtergeladen? Jagen! Alter! Da messert die Hure mich! Alter! Sind dir die Schamhaare zu eng oder was? Ich habe jetzt auch gar nicht drauf... Uua! Uua! Das war jetzt knapp! Jetzt war ich da fast abgestürzt! Da ist die Runde auch schon zu Ende! Katharina muss ich gleich mal gucken was die für einen Rang hat! Da muss ich mal kicken! Was ist denn mit der? Hast du deinen hässlichen Aufkleber davor? Äh... Was haben wir denn gespielt? Will ich gar nicht sehen! Tschüss! Katharina wo ist sie denn? Sei mal her hier dein Rang! Ah! Aha! Aha! Gut! Das war es auf jeden Fall gewesen! Wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort! Ihr wisst Bescheid! Wie immer! Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Bis dahin! Ciao!